Hallo und herzlich willkommen auf meinem kleinen schnuckeligen Literaturkanal. Schön, dass du hergefunden hast. Ich heiße Max. Ich stelle euch heute sieben Romane der letzten Zeit vor. Sie sind jetzt nicht aus besonderen Monaten hervorgeklaubt. Das ist also teilweise Mai mal Juni oder sogar Juli. Es sind einfach ein paar Bücher, die ich euch heute vorstellen möchte. Ich will ja auch dieser Chronistentätigkeit nachkommen, dass ich ja einfach in Tagebuchform halt ein bisschen über diese Bücher quatsche. Heute wirklich nur ein bisschen, also eher oberflächlich. Es gibt heute keinen Deep Dive. Wir analysieren heute nicht. Wir lesen heute nicht aus den Büchern vor. Es gibt keine Stilkritik, sondern ich informiere euch einfach für meine Verhältnisse kurz über diese Bücher. Vielleicht seid ihr nämlich noch auf der Suche nach einer Urlaubslektüre und eventuell ist ja eines dieser Bücher wie für euch erschaffen. Ja, ich denke, das reicht auch als Vorrede. Dann gehen wir in die Bücher. Und das Erste, das ich euch vorstellen möchte, ist ein Jugendbuch von Delphine de Vigan, einer französischen Gegenwartsautorin, von der ich ja schon zwei Werke gelesen habe. Ich bin nicht immer der größte Fan ihres Stils, den ich hin und wieder als sehr artifiziell, vielleicht sogar schon als manchmal sprachlich prätentiös empfinde. Der wird häufig ein sehr elementares, sehr wichtiges, schwieriges Thema auf eine sehr kunstfertige und auch immer ganz wortarme Weise behandelt. Denn die Bücher sind ja in aller Regel sehr dünn von Delphine de Vigan. Das ist jetzt für mich nicht das, was ich meistens suche. Auf der anderen Seite mag ich ihre Figuren aber sehr gerne. Gerade in Tage ohne Hunger mochte ich die Darstellung dieser jungen, magersüchtigen Frau sehr gerne. Diese existenzielle Bedrohung von Menschen ist etwas, was mir in der Literatur gut gefällt. Je ernster etwas wird, desto begeisterter bin ich auch und desto größer ist vielleicht auch mein Wunsch und meine Empathie, um Menschen zu helfen in der Literatur, auch wenn es nur Figuren sind. Ganz ähnliches könnten wir jetzt eben auch über dieses Jugendbuch sagen, Nu und ich. Es geht erstmal um ein junges Mädchen, vielleicht 13 Jahre alt, sie heißt Lu. Übrigens, die Details dieser Werke sind mir jetzt nicht immer ganz vertraut, deswegen seht mir bitte den einen oder anderen Fehler nach. Ja, diese Lu ist hochintelligent, sie lebt mit ihren Eltern in Paris, das geht ihnen wirtschaftlich ganz gut. Allerdings sind die Eltern durch einen Todesfall, durch einen Verlust schwer traumatisiert. Vor allem die Mutter ist völlig in sich zurückgezogen, kommt also kaum noch aus sich heraus. So eine Art von Lock-in-Syndrom ist es fast. Sie kann nicht mehr mit ihrer Tochter und mit ihrem Mann sprechen. Und diese Lu überspringt in der Schule zwei Klassen, weil sie eben so gut ist. Und trifft dann dort unter den 16-Jährigen etwa auf den ganz tollen Lucan. So würde ich das Lucas auf Französisch jetzt einfach mal aussprechen. Ja, und dieser Lucan ist ein Rebell in der Klasse. Er ist zwar intelligent und er kümmert sich auch sofort um diese jüngere Lu. Aber er legt sich als einziger mit dem sehr autoritären Lehrer an. Er legt seine Beine auf den Tisch. Er macht die Hausaufgaben nicht. Er ist einer von denen, die man damals vielleicht in der Schule cool gefunden hätte. Er und Lu werden sich dann bald um eben No aus dem Titel kümmern. Denn im Rahmen eines Schülerprojekts möchte sich Lu eben mit Obdachlosen beschäftigen. Denn dort in Paris und besonders in der Banlieue von Paris gibt es eben zehntausende Obdachlose. Das stimmt ja leider auch. Und dort trifft sie dann auf No. Eine 18-jährige junge Frau, die auch Drogenerfahrung, Alkoholerfahrung gemacht hat. Und zwischen denen entwickelt sich eine Freundschaft, die natürlich dadurch verkompliziert wird, dass No kaum noch so in diese spießige oder sehr geordnete Gesellschaft auch zurück möchte oder dort integriert werden kann. Eben aufgrund gewisser Erfahrungen und auch erlittener Unrechtssituationen. Aber Lu möchte das einfach. Also sie brennt eben dafür. Und jetzt ist das sehr, sehr heroisch, was hier geschildert wird. Also diese Beschreibung des Kampfes von Luka und Lu um No ist natürlich für einen erwachsenen Leser an vielen Stellen etwas zu pathetisch geworden. Und immer etwas von ganz tiefen und konstant positiven Gefühlen auch getragen. Also Lu erhebt sich hin und wieder über die Unsicherheiten und über Skrupel und fehlende Kenntnis der Eltern. Weil sie eben weiß, nein, No ist eine gute und ich helfe ihr. Ich verpasse ihr vielleicht ein neues Outfit oder ich kümmere mich um sie, wenn sie betrunken ist. Ich gebe ihr einen Job, wenn ich das tun kann. Ja, so das ist durchaus natürlich immer wieder ein bisschen maximiert. Hängt ja auch damit zusammen, dass Lu als hochbegabt gezeichnet ist. Aber ich fand sie übrigens jetzt nicht als dieses in meinen Augen häufig ganz unsympathische, ja, Arschloch hochbegabten Wunderphilosophenkind, was ich in der Literatur auch häufig entdecke, wenn man irgendwie ein hochbegabtes Kind vor sich hat. Das ist dann eigentlich in so einer, ja, völlig unrealistischen, philosophischen Manier vor sich hin spintisiert und die Geheimnisse der Welt eben entdecken kann. Das ist ja nicht der Fall. Lu ist durchaus auch unsicher. Aber ihr Interessengebiet ist einfach groß und natürlich damit auch hin und wieder ihre rhetorischen Fähigkeiten. Die Sprache gefällt mir hier aber übrigens auch total gut. Ich finde das einfach angemessen für ein Jugendbuch. Und es gibt auch einige Stereotype, auch das möchte ich nicht verschweigen. Der zwischenzeitliche Chef von Noh im Hotel zum Beispiel wird äußerlich als fetter, gieriger, schleimiger, ja, einfach ungepflegter Mann beschrieben. Und diese Charakteristik führt sich dann sozusagen auch fort im Inneren. Das ist also eine Figurenzeichnung, die mit Vorurteilen und natürlich auch mit einfachster Sprache daherkommt oder eben mit einer einfachen Symbolsprache. Aber ich denke, das kann man verzeihen, weil diese Geschichte so gewisse Grundwerte in sich einfach trägt und betont und damit, denke ich, auch für Jugendgruppen, für Klassen zum Beispiel klare Schwerpunkte der Diskussion setzt und eben als Türöffner für ganz viele thematische Konzentrationen sich ganz gut anbietet. Und deswegen ist das ein Jugendbuch, das mir gut gefallen hat und dem ich sieben von zehn Punkte geben möchte. Und dann kommen wir zu einem heimlichen Star dieser Sendung, dieses Films, denn ich habe einen japanischen Autor kennengelernt, der jetzt gerade in diesem Jahr ins Deutsch übertragen worden ist. Ich werde seinen Namen jetzt ordentlich gegen die Wand fahren. Keichiro Hirano, vielleicht? Das Leben eines anderen. Schaut euch das Cover an und dann erkennt ihr schon, es geht um Identität. Ja, es geht um die Frage, wer bin ich? Bin ich vielleicht mehrere? Könnte ich etwas anderes, jemand anders sein? Oder was hält mich vielleicht auch davon ab, eine neue Lebensentscheidung zu wählen? Ja, hier kommen zahlreiche Personen vor. Ich werde das jetzt natürlich abkürzen. An manche Namen erinnere ich mich nicht mehr, andere sind jetzt vielleicht auch nicht ganz entscheidend, um euch einfach ein Bild davon zu vermitteln, warum das so ein lesenswerter Roman ist in meinen Augen. Es gibt eine Rahmenhandlung um einen Erzähler, der erstmal sagt, ja, ich bin jetzt übrigens ein Autor und ich habe in einer Bar einmal einen Menschen kennengelernt. Er heißt Kido und er ist ein Anwalt. Und dann schlüpfen wir in die Perspektive von Kido und erfahren jetzt aus der Perspektive dieses Anwalts eben von einem Fall. Denn Kido hat sich einmal um eine Frau gekümmert, um Ri. Und Ri wollte sich von ihrem ersten Mann scheiden lassen, als sie nämlich ihren ersten gemeinsamen Sohn verloren hatte. Das war ihr zweiter Sohn, genau. Der hatte nämlich ein Glioblastom. Und das soll euch jetzt schon mal sagen, es geht hier von Anfang an wirklich zur Sache. Es sind ganz schwere Themen, die verhandelt werden. Man ist da von Anfang an als Leser, finde ich, in einer sehr mitfühlenden Situation. Man kann sich dem nicht entziehen. Was auch daran liegt, dass Hirano seinen Figuren tatsächlich sehr viel Raum bietet. Also es gibt weite, eben erzählerische Phasen, die mir gut gefallen haben, weil es im Kern ja doch ein eher verkopftes Thema ist mit dieser Identitätsfrage. Das werden wir gleich auch nochmal erleben. Aber ich möchte euch hier schon mal sagen, es ist wirklich eine Geschichte, in der man etwas fühlen kann, wie es den Menschen geht. Man erfährt, was sie einfach im Alltag tun, mit welchen Menschen sie zusammenleben. Man erfährt auch, was sie miteinander besprechen. Also es ist auch ein dialoglastiger Roman. All das gefällt mir extrem gut. Und diese Ri lernt jetzt eben dann Jahre später einen weiteren Mann kennen, nämlich Daisuke. Und das Problem ist allerdings, und ich spoiler hier nicht, aber es ist ein kleinerer Spoiler, der sich ungefähr nach 50 Seiten ergibt. Wenn ihr aber nichts wissen wollt, dann hört natürlich weg. Aber dieser Daisuke wird sterben leider bei einem Arbeitsunfall. Und es erweist sich, dass Daisuke nicht wirklich so heißt. Also er ist eigentlich jemand anders. Er hat diese Identität des Daisuke angenommen. Und Kido soll jetzt eben der Frage nachgehen, warum das der Fall ist. Und damit spürt er eben auch noch weitere Personen auf. Er trifft dann eben den Bruder des wirklichen Daisuke, der dann eben diesen falschen Daisuke auch zwar nicht identifizieren, aber sozusagen deidentifizieren kann. Und ja, dann geht es immer weiter und immer weiter. Kido, auf der anderen Seite der Anwalt also, hat selber eine Ehefrau, diese Ehe kriselt. Es gibt einen gemeinsamen Sohn und die Beziehung, die Beschreibung der Beziehung zu diesem Sohn hat mir extrem gut gefallen. Ich lese leider sehr selten liebevolle Geschichten von Vätern. Die meisten Väter, die ich in der Literatur kennengelernt habe, sind also meistens, ja, so die zu Überwindenden, die großen Antagonisten des Lebens. Vielleicht die Feinde der Mutter, die natürlich geliebt wird, was ich auch ganz toll finde. Aber der Vater ist für mich in der Literatur häufig, kleiner Wortwitz, stiefmütterlich behandelt worden. Und ich lese euch einfach mal was vor. Der Vater geht mit seinem Sohn, also Kido geht mit seinem Sohn, hier durch die Straßen. Und er macht sich die ganze Zeit Sorgen, denn es ist Winter und Sota, der Sohn hat keine Handschuhe an. Und er denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, ich muss meinem Sohn die Hand wärmen. Und er drückt die Hand die ganze Zeit, während sie durch die Häuserfluchten laufen. Und dann sagt er Kido zu seinem Sohn, ist dir kalt? Alles in Ordnung? Fragt er ihn. Ja. Weißt du, Papa, was denn? Wieso kann Ultraman Schuatsch rein? Er kann doch seinen Mund nicht bewegen. Und ich finde, das ist so eine wunderschöne Szene, weil sie uns etwas plötzlich aufblühen lässt. Es entsteht hier einfach der Eindruck, dieser Vater macht sich so viele Gedanken, er sorgt sich um seinen Sohn und er möchte das Beste für ihn. Aber der Sohn ist behütet. Es geht dem Sohn gut, denn er hat etwas ganz anderes jetzt plötzlich anzusprechen. Und er macht sich eben auch auf einer anderen Ebene Gedanken, die ihn als Figur so plastisch erscheinen lassen. Denn es geht für ihn gar nicht um die Kälte oder um die Stadt. Er macht sich Gedanken über irgendwelche Comicfiguren, die für ihn natürlich eine ganz große Relevanz haben. Das ist also ein Roman, der wirklich auch trotz dieser sehr verkopften Thematik um Identität und verkopft meine ich jetzt gar nicht so negativ. Aber es ist ja doch, wie wir dann erfahren werden, mit sehr viel Doppelgängertum verbunden und mit Rückblenden und mit Figuren wechseln und mit ja mehrfach ausgetauschten Identitäten. Aber im Kern steht eigentlich eine sehr feine, eine gut beobachtete Figurencharakteristik. Und das bezieht sich zum Beispiel dann auch auf den älteren Sohn von Ri. Das war eben die Frau, deren Mann ja nicht Daisuke war. Ja, denn dieser ältere Sohn wird die japanische Literatur für sich entdecken und wird darin versuchen, eine Art von väterlicher Nähe aufzubauen, die er eben nicht erlebt hat. Sein erster Vater lebt nicht mehr bei ihnen und der zweite soziale Vater ist gestorben. Und dieser Sohn ist ganz allein, aber sie werden dann eben, also er und seine Mutter werden auch eine sehr intensive Beziehung aufbauen. Und das gefällt mir so gut. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen, auch weil es noch eine Liebesgeschichte gibt rund um Kido, rund um den Anwalt, der eben auch noch eine andere Frau kennenlernt, die dann natürlich auch mit dem ersten Fall in Verbindung steht. Es ist wirklich ein intelligent komponierter, aber nicht zu, ja, kopflastiger Roman, weil er immer wieder ganz, ganz warme Figurenzeichnungen eben eigentlich aufweist und davon lebt. Und ich könnte noch weiterreden, weil es eben auch noch einen Kriminalplot gibt und weil es teilweise dann auch philosophische Exkurse gibt und vor allem, und das muss ich noch erwähnen, weil es eben auch ganz viele kurze Exkurse gibt zu japanischen Themen rund um zum Beispiel Karoshi, also diese Überarbeitung in der japanischen Gesellschaft, die dann häufig zu Selbstmord führt, weil sich die Menschen ja nicht zu wehren wissen. Es geht auch um Sainichis, wenn ich es jetzt richtig ausspreche und mich richtig erinnere. Das sind die Nachkommen von koreanischen Einwanderern, die in Japan aber auch noch Generationen danach rassistisch, ja, beleidigt werden oder unter Verfolgung leiden. Es geht um ein Kanto-Erdbeben, das eben in den 20er Jahren, glaube ich, passiert ist und eben zu einer großen, zu einem Genozid oder zu einer Verfolgung zumindest von Koreanern geführt hat. Also das sind ganz viele Themen, die hier verpackt werden. oder auch noch die Frage von Exekutionen in Japan. Darf man also die Todesstrafe immer noch in einem demokratischen Land einsetzen? Ja, das sind zahlreiche Exkurse, die manchmal vielleicht ein bisschen schulmeisterlich eingeführt werden oder für ein europäisches Publikum vielleicht auch ganz einfach behandelt werden. Das kann ich tatsächlich nicht so ganz herausfinden. Aber all das gefällt mir. Ja, es ist ein Roman, den man so gut lesen kann und der einzige, aber gar nicht so kleine Wermutstropfen ist für mich tatsächlich, sagt man Wermutstropfen oder Wehmutstropfen, da bin ich mir auch nie sicher. Ja, aber der, sagen wir mal, Nicht-Lust-Tropfen, der Anti-Lust-Tropfen ist tatsächlich die Übersetzung. Ich finde die Übersetzung an vielen Teilen einfach scheußlich. Sie ist mal verwirrend, weil sie sozusagen einfach die Satzglied-Grammatik so durcheinander bringt, dass man nicht mehr genau weiß, worauf sich das Subjekt gerade bezieht. Ist jetzt ein bisschen theoretisch, aber schaut nach, wenn ihr wissen wollt, was ich meine. Und manchmal ist sie einfach schlecht, so vom Stil her ganz seltsam, also wirklich komisch übersetzt. Ja, aber insgesamt wirklich ein tolles Buch. Ich hatte ihm jetzt eigentlich sieben Punkte geben wollen, aber das revidiere ich. Ich gebe ihm, wie Robert Hoffmann machen würde, siebeneinhalb Punkte, okay? Wir sind da jetzt angelangt, dass ich auch Halbpunkte gebe. Ja, also, Keiichi Hirano, Das Leben eines Anderen. Wenn ihr interessiert seid an an einer durchaus vollgepackten sozusagen Melange oder an einer Assemblage, wir waren gerade in Frankreich, ich darf es also sagen, dann lese dieses Buch. Bestimmt nicht total feingliedrig oder sprachlich wunderbar, aber wirklich ein ganz, ganz großartiger Roman. Und wer das Japanischen mächtig ist, der wird das Buch vermutlich mit 10 Punkten bewerten. So vermute ich. Andrea von Andrea Wintermädchen macht fantastische Videos. Das weißt du, das weiß ich. Und die Bücher, die sie liest, sind daher für mich immer wieder auch einfach auf dem Radar sozusagen. Ja, ich schaue sie mir an, ich gucke mir an, was sie da gelesen hat, von wem das ist, ob das vielleicht was für mich sein könnte, weil ich eben die Beschreibung meistens so toll finde und auch so sympathisch finde. Und sie hat mir empfohlen, ich solle doch bitte die Aufdrängung lesen von Ariane Koch. Das habe ich getan. Ariane Koch ist eine junge Schweizer Autorin. 1988 wurde sie geboren. Und das ist ihr Debütroman. Ja, es geht hier um eine Frau, vielleicht eine jüngere Frau, da häufig von ihren Eltern gesprochen wird. Eine junge Frau, die offenbar in einem zu großen Haus, in einer zu kleinen Stadt lebt und einen Gast aufnimmt, der vielleicht offenbar aus einer fremden Kultur kommt oder zumindest von fern hereingeströmt ist. und jetzt bringt das so eine gewisse Veränderung in das Leben dieser Frau und es wird eben zum Beispiel auch beschrieben, wie die beiden hin und wieder in einer Rondellbar Alkohol trinken oder wie sie zu Hause mit verschiedenen Staubsaugerrohren tanzen, so etwas in der Form. Und ich hatte mich natürlich auf diese Geschichte gefreut und ich muss aber bekennen, dass ich selten so enttäuscht worden bin, dass ich tatsächlich auch selten so den Eindruck hatte, dass es hier um eine letztlich um eine sprachlich-strukturalistische Angelegenheit geht, also das auf eine, sagen wir mal, sehr komplexe Weise mit der Möglichkeit von Sprache gespielt werden soll. Also es ist wirklich ein Fest von Metonymien. Metonymien sind einfach alle sprachlichen Mittel der Verschiebung, der leichten Veränderung, dass man zum Beispiel nicht sagt, dort ist meine Freundin, sondern dort ist meine Hand. Wäre seltsam, aber ja, ich bezeichne also nur ein Teil und nicht das Ganze. Und es gibt eben noch verschiedene Arten der Verschiebung, der Bedeutungsverschiebung. Das ist natürlich erstmal ein sprachlich eben auch ästhetisches, vielleicht manchmal auch durchaus wichtiges oder ganz tolles Instrument, um sich auf Details zu konzentrieren oder um ironische Brechungen einzubauen und dadurch Gedankengänge des Lesers anzustoßen oder vielleicht auch einfach, um eine gewitzte Form der Komik zu erreichen. Also Metonymien sind letztlich eigentlich großartig in ganz verschiedener Hinsicht, aber hier verstehe ich sie einfach nicht. Ich habe tatsächlich nichts, ich habe keine einzige Seite für mich verstehen können. Also alles verschiebt sich. Wir erfahren zum Beispiel nie, wie irgendjemand heißt. Es gibt zwei, drei Namen. Da sagt sie allerdings auch, dass sie sich jetzt einfach mal überlegt, dass die so heißen könnten. Figuren aus der Vergangenheit und dieses Leben mit dem Gast in diesem Haus, das mal zehn Räume hat, also vielleicht ein Schloss ist und mal aber nur ein einziges Zimmer hat. All das ist immer wieder so absichtlich eben verschoben und jede fest oder als wahr angenommene Behauptung erweist sich dann eine Seite später als Fehlkalkulation des Lesers oder vielleicht auch als eine Falle der Autorin. und ich muss gestehen, das ist keine Art von Literatur, die mir irgendetwas geben kann. Also als Student hätte ich das wahrscheinlich gefeiert, wenn ich mir die einzelnen Seiten wirklich analytisch vorgenommen hätte, wenn ich mir gedacht hätte, krass, hier ist es noch der Gast, aber dann später ist es vielleicht nur noch der Anwender des temporär okkupierten Kühlschranks. habe ich mir jetzt ausgedacht, aber so etwas, also diese Verschiebungen, mit denen natürlich auch immer eine Verschiebung des Aspekts, der Wahrnehmung einhergeht. Aber heute lese ich das und ich sehe überhaupt keine Geschichte, ich sehe keine Authentizität darin. Das ist vielleicht ein hartes Urteil, aber für mich ist das wirklich eine Germanistenprosa, also etwas, was bei mir zumindest überhaupt nicht zu leben anfängt. und ich kann euch auch kaum sagen, wie die Handlung dann weitergeht, denn ich finde, das ist absolut Anschauungssache, weil es so viele Metonymien gibt, gibt es kaum noch etwas, was nicht metonymisch beschrieben wird, was also konkret bleibt. Ja und dann, auch auf der sprachlichen Ebene, arbeitet sie mit einer Umstellung von Genitivattributen, also normale Genitivattribute kennen wir zum Beispiel, ja das ist das Bild des Mannes. Okay, ist ja jetzt schon mal, sagen wir, eine gewisse sprachliche Konstruktion, die vielleicht auch nicht mehr alltagssprachlich ist, aber die für uns alle normal ist. Aber ich kann das natürlich umdrehen und dann ist das des Mannes Bild, ja oder des Menschen Fenster und damit arbeitet sie die ganze Zeit oder sehr häufig und sie arbeitet auch noch mit einer ganz bestimmten Art der Nachstellung von zu Infinitivsetzen. Und damit will ich euch nur ausdrücken, also ich habe natürlich irgendwie schon auf die sprachlichen Details geachtet und meinetwegen gibt es dann ironische Brechungen dieser Verfahren. Wahrscheinlich, ja. Und wir erleben, dass diese Umstellung eines Genitivattributs vielleicht auch total clever ist, weil dann auf der Seite, aber da war ich schon lange raus, weil mich dieses rein mathematische Verfahren überhaupt nicht emotional abholt und weil ich euch wirklich nicht sagen kann, wer sich hier wem aufdrängt und was das Ganze bedeutet. Ich kann euch vielleicht mal etwas vorlesen. Wenn man die Dauer zwischen gemeinsamen Zigarettenzügen verringert, so kommen sich die Münder auf der Y-Achse unweigerlich immer näher. Und das sind Stellen, wenn ich so etwas in einem Roman, der mir bisher gut gefällt, lese, dann überlege ich, ja, dann beginne ich wirklich zu interpretieren. Bei so einem Buch interpretiere ich da nicht. Das ist mir dann einfach wurscht, weil es ist für mich alles der Struktur geschuldet oder vielleicht auch dem Wunsch vielleicht nach Irritation. Und hier sprachlich ein Beispiel für diese Umstellung des Genitiv-Attributs. Seit des Gastes Ankunft haben die Zitronen keinen Geschmack mehr. Und auch hier ist es mir völlig egal, warum das so ist. Ich merke mir das nicht, weil es von diesen Attribuierungen, also von diesen Hinzufügungen zur Figurenzeichnung Myriaden gibt. Und die sich aber auch wieder abwechseln und vertauschen. Ja, also Andrea, vielen Dank für deinen Tipp und ich will dieses Buch jetzt nicht in Bausch und Bogen ablehnen. Vielleicht habe ich es nicht verstanden. Vielleicht ist es auch einfach nicht mehr oder noch nicht meine Literatur. Vielleicht ist das nächste Buch von Ariane Koch ganz großartig. Aber für mich ist das wirklich kein Buch. Deshalb zwei von zehn Punkten. Ja, viel zu kurz und viel zu knapp geht es weiter, wenn wir uns jetzt mal diesen Klassiker der US-amerikanischen Literatur anschauen. Walden von Henry D. Thurow. Einer der ganz großen epochalen Klassiker. Ja, es geht hier um einen Mann, der in der Natur eine Hütte aufbaut und dort dann eben für zwei Jahre lebt und ja, eben alles auf sich einfließen und auf sich einprasseln lässt, was er dort in der Natur findet. Es hat in den Jahrhunderten danach zahlreiche Menschen, zahlreiche Institutionen und Bewegungen massiv beeinflusst. Zum Beispiel die Grünen berufen sich immer wieder auch auf dieses Buch, auch die amerikanische Naturschutzbewegung. ist natürlich geprägt von Thurow und Thurow war ja auch einer, ich hatte das in einem letzten Video schon mal kurz bemerkt, während ich meine Zettel sortiere und einfach überhaupt nichts finde. Also eigentlich rede ich dann doch wieder die ganze Zeit frei, obwohl ich es mir extra ausgedrückt hatte. Verdammt nochmal. Das ist doch alles nicht gut. Also, was sollte ich sagen? Er ist auch ein Philosoph in gewisser Hinsicht und er ist einer der Vertreter, die sich eben einsetzen für die Rückbesinnung auf die Natur, für ein Leben in der Natur und dadurch auch für eine neue Befreiung des Menschen, der sich eben, das ist jetzt auch meine Interpretation und ich kenne mich da offengestanden nicht super gut aus, aber so interpretiere ich eben das, was ich gelesen habe. Es ist die Rückbesinnung und die Forderung oder eines Menschen, der eben nach selbstbestimmten Regeln wieder leben kann, der sich nicht diesen als zu beeinflussend und eben auch zu limitierend angesehenen Institutionen, wie habe ich angefangen, einkerkern soll. Das ist eben ein freies Menschenbild, das darin steckt. Und deswegen lebt dieser Mensch eben in der Natur. So, was ist mir jetzt aufgefallen? Erstmal ist es ein wahnsinnig seltsames Buch. Ich muss das wirklich so sagen. Es ist ein urkomisches, kaum zu verstehen, das Buch. Und das liegt in meinen Augen, in meiner Interpretation daran, dass es mal wirklich von einem richtigen rebellischen Punkertum beseelt ist. Also es sind urkomische Sätze enthalten über die Gesellschaft oder auch über die Großartigkeit der Tiere um ihn herum. Hier zum Beispiel ein toller Satz, habe ich mir jetzt angestrichen, ich lese ihn euch mal vor. Ich habe, wie gesagt, nicht vor, eine Ode an den Trübsinn zu verfassen. Im Gegenteil, ich gedenke mir so herzhaft wie ein Gockel frühmorgens auf seiner Stange die Seele aus dem Leib zu krähen und wehre es nur, um die Nachbarn aufzuwecken. Das ist doch so lustig. Das ist einfach so ein toller Ansatz. Ja, so urkomisch. Er vergleicht sich mit einem Gockel. Und das ist ja erstmal, ja, eine animalische Metapher oder ein animalischer Vergleich, der ihn sozusagen ein bisschen kleiner macht. Und das ist sympathisch. Also der bläst sich nicht auf. Und der will seine Nachbarn auch noch stören. Also da ist natürlich auch so eine Art von Sozialrebellentum enthalten. Ja, und das finde ich erstmal total komisch. Und wie er das macht. Das macht er auch an mehreren Stellen. Ich mochte auch seine Beschreibungen von hüpfenden Eichhörnchen total gerne oder von Füchsen. Also darin steckt dann immer wieder auch wirklich eine Hochschätzung des Lebens. Hat mir alles total gut gefallen. Aber wäre da nicht auf der anderen Seite dann zum einen seine Lust, man kann es gar nicht nur Lust nennen, es ist eine Manie, es ist ein Zwang, immer wieder Klassiker der griechischen und der lateinischen Literatur zu zitieren. Aber nicht nur zu zitieren, sondern sich eben auf diese Gedankengänge und literarischen Konstrukte der Vorzeit zu beziehen und dann ja irgendwelche Verweise zum eigenen Leben zu suchen. Und damit schmeißt er mich natürlich heute raus, weil ich einfach nicht mehr dieser klassisch gebildete, also humanistisch-literarisch-humanistisch gebildete Mensch bin. Ich kenne jetzt einfach sehr viele Autoren dieser Zeit überhaupt nicht mehr und gelesen habe ich kaum einen davon. Also das ist natürlich mein Problem zugegebenermaßen. Aber da ist er dann tatsächlich immer wieder auch total blasiert, wenn er das dann ausspielt gegen die Gegenwart. Und das macht er ganz häufig. Da steckt eben auch so viel Zeitkritik drinnen. Hier zum Beispiel ein vager Ansatz von Zeitkritik. Es wäre besser, wenn auf jeden Quadratkilometer nur ein Bewohner käme, wie da, wo ich wohne. Der Wert eines Menschen liegt nicht auf Tuchfühlung. Also er sieht, er betrachtet die Menschen auch mit einer großen Skepsis und häufig auch wirklich mit einer Verachtung. Gerade so diesen Gegenwartsmenschen sieht er als sehr dumm, als rückschrittlich, der eben in diesen Großstädten lebt, der ist in zwanghaften Strukturen gefangen, der kann sich gar nicht mehr wie er in der Freiheit bewegen. Er hat nicht mehr den freien Geist. Er steht morgens auf und atmet tief durch und macht sich dann sein eigenes Essen, obwohl das auch natürlich historisch widerlegt ist, weil er sich teilweise von seiner eigenen Mutter das Essen hat bringen lassen oder von Nachbarn. Ja, aber er möchte da eben noch eine klare Diskrepanz oder einen großen Unterschied aufbauen. Und manchmal gibt es auch einfach sprachliche Bilder, die ich ganz abstrus fand. Die Harfe ist der Reisevertreter der kosmischen Versicherungsgesellschaft und das Wenige, was wir in Güte besitzen, ist die Prämie, die wir bezahlen. Dann sitzt du da auf deiner Couch, schaust erst mal aus dem Fenster aus dem Fenster und bist zutiefst irritiert und fragst dich einfach, ob dein Hirn vielleicht ein bisschen zu blöd ist dafür. Aber gut, man weiß es nicht. Man weiß es nicht genau. Was ich jetzt auf die Kurze eben euch mitgeben möchte, ist folgendes. Es hat brüllend komische, wirklich auch schöne Sentenzen und Apercius, also Sinnsprüche, die aber manchmal auch einfach komisch sind. Die nicht immer nur erhaben sein müssen oder die Gegenwart beschreiben müssen, sondern die sich auch auf Tiere konzentrieren und auf das Leben dort in dieser Hütte. Aber auf der anderen Seite ist das für mich auch geprägt von ganz vielen sehr komplizierten Vergleichen, Metaphern und eben auch von ganz viel blasierter Weltenthobenheit. Und diese zwei Dinge sind für mich eigentlich überhaupt nicht in Einklang zu bringen. Weil jemand, der so ein schönes Gespür hat, um Tiere zu beschreiben und sich dabei auch immer mal wieder eigentlich selber, ja, der sich nicht so ernst nimmt, die sich hin und wieder vielleicht auch mal unter diese Bewohner des Waldes hinein mischt, um zu sagen, ich bin eigentlich genauso schmutzig wie das Schweinchen hier da hinten. Ja, und klüger jetzt als dieses Eichhörnchen bin ich ja auch nicht. Ich lebe halt hier mein Leben und der See, immer wieder der See, der Walden See, meine Güte, das ist für ihn, darf ich das Bild jetzt benutzen? Das fällt mir gerade ein, ich glaube, es ist die größte Vagina seines Lebens. Entschuldigt, aber das fällt mir dazu ein, dass es wirklich etwas Lustvolles ist. Er sagt nämlich immer, dieser Walden See, der ist verdammt tief, der Nachbar See, der Nachbar See und der da, die sind nicht so tief. Der Walden See, an dem ich meine Hütte gebaut habe, ist der allertiefste See. Und wenn wir jetzt auch noch mit geodätischen Instrumenten hier jetzt verfahren und eben genau abmessen, wo denn hier der mathematische Mittelpunkt ist, dann sehen wir, genau im mathematischen Mittelpunkt ist auch die tiefste Stelle. Und diese mathematische Übereinkunft, diese Harmonie, davon ist er einfach beeindruckt und begeistert. Das gefällt mir alles total gut, wäre da eben nicht dieser zweite große Themenblock rund um die Verachtung der Gegenwart, rund um Pipapo. Ich habe es jetzt, glaube ich, zur Genüge ausgeführt. Und daher ist es ein Buch, dem man sich mal nähern sollte, denke ich. Ich kann es kaum bewerten, aber müsste ich es bewerten, dann wählte ich die exakte Mitte, dennoch ich bin, von arithmetischen Mitteln natürlich ebenso beeindruckt wie Thoreau. Fünf von zehn Punkten. Solidarisch sein von Ahmad Mansur, dazu habe ich eine Einzelrezension gedreht. Wenn ihr sie gesehen habt, dann wisst ihr, ich habe kaum ein gutes Haar an diesem Buch gelassen. Ich habe es zerruppt, könnte man sagen, oder ich habe mir natürlich Mühe gegeben, diese ganzen Unsinnigkeiten, diese logischen Widersprüche und vor allem dann auch die Banalität der normativen Setzungen zu offenbaren. Denn Ahmad Mansur möchte ja sozusagen die Gesellschaft befrieden. Er möchte erklären, wie man Hass, Rassismus, Antisemitismus überwinden kann. Und das macht er auf eine Weise, da haben sich meine Fingernägel halt hin und wieder aufgerollt. Jetzt werde ich wieder, man kommt so irgendwie in dieses dann doch saloppe Reden hinein und kommt nicht mehr raus. Ja, meine Fingernägelchen haben sich aber dennoch tatsächlich aufgerollt. Wenn ihr genaueres wissen wollt, dann könnt ihr meine Einzelrezension anschauen. Ich finde, so löst man überhaupt keine Debatte, weil man einfach nur Fragezeichen entsendet. Und dann habe ich mir eben, wie gesagt, in der längeren Rezension betone ich das, auch noch ein paar Videos angeschaut, ein paar Live-Auftritte von Ahmad Mansur. Und ich finde, er bedient dann eben doch auch eine gewisse gesellschaftliche Strömung, die die Gesellschaft in Bausch und Bogen ablehnt und dabei auch nicht zimperlich ist, auf Minoritäten loszugehen und in ja eben zugewanderten Bevölkerungsgruppen den großen Dämon von der Gesellschaft zu betrachten. Und das macht er natürlich nicht. Ahmad Mansur wurde auch in Israel geboren und hat natürlich auch die Erfahrungen, von denen er berichtet, zum Teil selber machen müssen. Aber das hat ihn offenbar nicht davor irgendwie gefeit, dann meine persönliche Meinung, Unsinnigkeiten über solche Themen auch zu verbreiten. Und ich glaube, es waren zwei Punkte. Jane Austen, Stolz und Vorurteil, vielleicht der bekannteste Roman von ihr, immer wieder der Roman, der erwähnt wird, wenn es um Liebesromane geht und auch hierzu hatte ich ja eine sehr lange Einzelrezension gedreht, aber das schaut sich ja vermutlich auch nicht jeder an. Deswegen lasst mich ganz kurz zusammenfassen, es geht vor allem um Lizzie Elizabeth Bennett, eine von fünf Töchtern einer solide wirtschaftlich dastehenden, aber nicht reichen Familie, Gentry, also so der niedere Landadel. Niemand arbeitet wirklich und sie vertreiben sich die Zeit mit Konversationen, mit ganz vielen Konventionen, also alles ist gesellschaftlich geregelt und sie treffen dort auf Mr. Bingley und Mr. Darcy, zwei junge, unverheiratete, unanständig, heiße Männer und ja, was jetzt passiert, ist ja klar, fünf Schwestern und so ein paar junge Burschen, es passieren halt so ein paar Verwicklungen und die Frage ist, wer mit wem und wann wird das passieren und was stellt sich denen in den Weg und das passiert dann eben auch, ich will das jetzt auch nicht in so einer Form von Kolportage wiedergeben, also das ist es nicht, es ist schon auch sehr gut geschrieben vor allem, es ist ein ganz toller eingängiger Stil, hier hat Jane Austen in meinen Augen auch stilistisch wirklich alle Möglichkeiten, um Figuren eben auch zu brechen und ironisch zu konnotieren, hin und wieder wirklich nur mit leichten Anfügungen, eine Prise Ironie beizufügen, aber mir hat eben diese Liebesgeschichte, die angebliche Liebesgeschichte mit Mr. Darcy nicht gefallen, weil ich die einfach nicht ausgeführt gesehen habe, das ist selbstverständlich der Zeit geschuldet, also man konnte da jetzt nicht schreiben, ich griff ihm so richtig schön in seinen knackigen Hintern hinein und knutschte ihn ab, ist ja klar, das war zu der Zeit nicht möglich, aber das ist dann eben nicht verklausuliert, das ist es ja noch nicht mal, also ich sehe da jetzt nicht wie bei Henry James zum Beispiel, die Fähigkeit, die Vergewaltigung anzudeuten und das aber in so großen Bildern eben auch einzukleiden, dass man, egal wie man es interpretiert, einfach nur überwältigt ist von der Opulenz eines Moments und dadurch natürlich auch von der entstandenen Intensität aus der Opulenz erwächst bei großen Schriftstellern ja nicht eigentlich nur die Banalität der abstrusen Menge, sondern eben auch wirklich die emotionale Brisanz, das Sympathische, das man mitfühlt und das gibt es hier noch nicht mal, also ich finde noch nicht mal, dass das irgendwie verklausuliert ist, was hier geschieht, sondern dass es einfach nur so auf einer rein technischen Ebene abläuft, also ich möchte dich ehelichen, aber du bist stolz und jetzt unterhalten wir uns und dabei erfahre ich, dass du mich liebst, aber Mr. Darcy, du machst das zu stolz, du sagst eigentlich, dass du mich gar nicht willst und deswegen weise ich dich zurück und ja, ihr kennt, ich war nicht so ganz überzeugt von diesem Buch, auch weil ich eben denke, dass die Grenzen von Elizabeth sozusagen, die Grenzen ihrer Wahrnehmung und ihrer Bewertung, was die eigene Mutter angeht, die sie immer fürchterlich verdammt und schikaniert und für den Teufel der Familie hält, weil die sich eben darum kümmert, dass die Töchter verheiratet werden, um die Familie wirtschaftlich autark zu halten und auf der anderen Seite die Verehrung des Vaters, der sich immer zurückzieht in seine Bibliothek und auf dem Weg dorthin noch einen zynischen One-Liner raushaut, den aber Lizzie eben für ganz großartig hält und ich finde, da sind die Grenzen dieser Figur vielleicht auch die Grenzen von Jane Austen, der das vielleicht auch nicht bewusst war, dass sie hier eben nicht feministisch operiert, was sie nicht konnte, weil es natürlich Feminismus als große gesellschaftliche Strömung noch nicht gab und weil einfach Bedingungen des öffentlichen Debattierens über Charakteristika von Männern und Frauen nicht gegeben waren, aber ich glaube ihr, es ist nur meine Interpretation, aber ich denke, ihr fällt nicht auf, dass sie die Arbeit der Mutter nicht als das würdigt, was es ist, nämlich eben als eine ganz anders geartete Kampffläche rund um das soziale Prestige, rund um das soziale Überleben der Familie und weil die Mutter das in den Augen von Lizzie zu, ja, vielleicht zu empathisch, zu schrill macht, zu laut macht oder vielleicht auch manchmal zu einfach, wenn sie sich darum sorgt, dass die Männer kommen, dann macht sie das natürlich mit einer gewissen Resolutheit und mit einer Direktheit und weil sie das in meinen Augen nicht so richtig erkennt, ist das für mich ein Buch, das eigentlich den eigenen Ansprüchen immer so ein bisschen hinterherhinkt oder zumindest ja, einen Widerspruch in sich bereithält, den muss man aushalten und vielleicht ist einfach so die viktorianische Epoche nicht meins, denn tatsächlich hat mir jetzt kein Buch, das ich bisher aus der Epoche gelesen habe, wirklich einfach den Schädel weggedonnert, weil ich so begeistert war, weder bei den Brontei-Schwestern, jetzt noch bei Jane Austen und vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass ich mich nicht so richtig in diese Charaktere hineinfühlen kann, mir ist aber bewusst, dass Elizabeth aufgrund ihrer intelligenten doch Ironisierung der Konversation natürlich eine ganz tolle Identifikationsfigur ist, denn sie macht sich schon auch immer wieder lustig über diese Arrangements auf Bällen, sie spottet ein wenig über diese üblichen Floskeln, wenn ein Mann eine Frau trifft und dann geht es erstmal um die Frisur, die ganz toll ist und dann wird darüber geplaudert, wie groß der Raum ist und dass es aber ganz toll ist, dass auf der Ostseite eine Tür angebracht ist, pipapo und darüber macht sie sich auch lustig und ich glaube, das ist durchaus eine Identifikationsfigur und natürlich auch im Verhältnis zu den Schwestern, die mal bewundert werden, gerade Jane wird immer wieder eigentlich als die Blume, die Blüte der Familie dargestellt, die andere, Lydia zum Beispiel, ist aber eher so das schwarze Küken und ja, Elisabeth steht halt so in der Mitte. Ja, also insgesamt ein Roman, den ich vor allem sprachlich gut fand und dem ich sieben von zehn Punkten geben möchte. Außerdem habe ich noch gelesen, Wolfgang Hilbig, das Provisorium. Für mich der erste Roman von Wolfgang Hilbig, ein ganz großer DDR-Schriftsteller und dann natürlich auch ein gesamtdeutscher Schriftsteller, aber ich meine mit dieser Attribuierung, dass er sich eben immer wieder auf das Leben in der DDR konzentriert hat. Ja, dieser Roman entstand oder erschien 2000 und er beschreibt darin das Leben von C, einem Schriftsteller, der eigentlich immer wieder hin und her pendelt in den 80er Jahren zwischen der DDR und der BRD. Übrigens nur kurz am Rande, mich irritiert es immer wieder etwas und mich stört es auch immer wieder etwas, wenn in Literatur Namen so abgekürzt werden und ich nicht weiß, warum das geschieht, warum ist es C, hätte man ihn nicht Klaus nennen können oder weil eben auch immer wieder ein großer Teil der Geschichte in Leipzig spielt, vielleicht Herr Connewitz, auch das wäre möglich gewesen. Also irgendwie fehlt mir da so ein bisschen das Fleisch, damit ich mir eine Figur halt auch vorstellen kann. Ja, das ist jetzt nicht das Problem von Wolfgang Hilbig, sondern meins, das weiß ich schon, aber wollte ich nur mal am Rande erwähnen. Ja, dieser C hat jetzt in der DDR eine Freundin und er hat in der BRD eine Freundin, die wissen erstmal ganz lange nichts voneinander, beziehungsweise die eine denkt, dass die Beziehung mit der anderen schon beendet worden ist. Hedda heißt sie glaube ich in Nürnberg, also in der BRD und Mona heißt sie in Leipzig. Mona lebt übrigens in Lindenau, eine Parallelstraße von der Hebelstraße, wo ich früher mal gewohnt habe und das spielt dann auch in H. bei München, das ist die Psychiatrie, in der ich meinen Zivildienst geleistet habe. Also es gibt echt zahlreiche örtliche Parallelen zu meinem Leben und das ist für mich immer total schön, wenn ich sowas in Büchern entdecke. Aber was ist jetzt das Besondere? Dieser C ist eigentlich in einem permanenten Transit gefangen. Er sitzt fast immer im Zug, beziehungsweise stellt das eben Wolfgang Hilbig so dar, als würde dieser C eigentlich immer auf der Suche sein nach dem richtigen Ort. Mal ist er eben bei Hedda im Westen, mal ist er bei Mona im Osten, aber es gefällt ihm nirgends so richtig gut, sie haben Probleme. Die Beziehungen sind also auch keineswegs romantisch, wunderschön, verklärt, rosarot, ganz im Gegenteil. Das sind Beziehungen von Menschen, die eben ja alle so ihr Säckchen zu tragen haben. Gerade C ist fürchterlich, also fürchterlich schrecklich anzuschauen, wenn man sich einfach mal auch diese ganzen Leidenserfahrungen bewusst macht. Er ist ein Alkoholiker, er weiß, dass er Alkoholiker ist, aber er kommt nicht davon los und wir sind eben auch immer wieder hautnah bei diesem Erwachen dabei, wenn dann die Zunge am Gaumen klebt, wenn man sich kaum erinnern kann, was gestern Nacht passiert ist, wenn man erstmal nachschauen muss, ob das Portemonnaie noch da ist, ob man sich erbrochen hat, ob man irgendwas angestellt hat. Ja und Wolfgang Hilbig hat eben eine, jetzt wirklich, einen so großen Wortschatz. Er hat eine sprachliche Begabung, er ist wirklich ein Naturtalent, er ist einfach ein gesegneter Schriftsteller, das ist Wolfgang Hilbig, auf jeden Fall, dafür muss man nur zehn Seiten lesen und man merkt, was für eine Genialität das ist. Das passiert selten, denke ich, dass man etwas liest und man spürt einfach, meine Güte, das ist doch einfach nur große Literatur, was an verschiedenen Dingen liegt, was eben an der Vielfalt des Wortschatzes liegt, was eben auch an der Varianz des Dargestellten liegt oder an der Varianz der Art des Dargestellten. Also mal ist das wie in Paris, eine kurze Episode in Paris wie ein Sündenpfuhl dargestellt mit zahlreichen priorativ gesetzten Adjektiven, die sich dann zu einem richtigen Adjektiv mehr zusammenbauen. Also da ist Paris dann wirklich eigentlich Morast. Dann gibt es eine wunderschöne Stelle, eine Erinnerung an die Kindheit, in der er eben ein Bett teilen musste mit der eigenen Mutter. Und Freud grüßt natürlich und winkt ganz euphorisch und grinst, weil alles eben prädestiniert für die große Tragik zu sein scheint. Und dann wird das eben auch so beschrieben, dass es diesen drohenden Penis gibt, der sich nämlich, da er 14 oder 13 ist, nicht kontrollieren lässt. Und was machst du, wenn du mit deiner Mutter in einem Bett liegst, weil du arm bist und dann richtet sich der Penis auf? Dann gibt es 20 Seiten zu diesem Umstand, die sind einfach so so schockierend und immer wieder auch so lustig beschrieben, dass man nie weiß, lache ich jetzt gerade über diese unfassbare Ironie der Situation, dass da ein Pubertierender mit seiner, ja wortkargen Mutter in einem Bett liegt und sich immer wieder wünscht, bitte lass mich keine Erektion bekommen oder bist du eben so schockiert von der Tatsache, dass es das wirklich gab und dass sich das natürlich festsetzt in deiner Psyche. Also es ist ein Mann, der immer wieder auch darüber nachdenkt, ob er sich als Schriftsteller nicht eigentlich verrannt hat. Denn er wird vom Westen zwar immer wieder hofiert, aber auch nur punktuell, er ist jetzt keineswegs ein arrivierter, ganz reicher Schriftsteller, auch Wolfgang Hilbig war das nicht, das ist also auch eine Parallele dieses so eben parallelen Reichenbuches, übrigens ein fast autobiografisches Buch, wenn man eben manchen Rezensenten glauben soll. Und ja, genau, das ist es und in der DDR wird er natürlich immer wieder, zwar nicht überwacht oder vielleicht hin und wieder, dann doch mal argwöhnisch beäugt, er wird von der SED eingeladen und dann ist das Gespräch aber eigentlich ganz banal und er weiß jetzt eben nicht genau, wofür er sich entscheiden soll oder was er denn eigentlich in seiner Schriftstellerei thematisieren soll. Soll er über, ja irgendwie die Beklemmung in der DDR schreiben, aber eigentlich fühlt er sich in der BRD ebenso beklemmt und ebenso unfrei. Deswegen ist dieses Buch manchmal eben auch sehr vielleicht willkürlich oder so rasch abwechselnd sozusagen in der Feindthematik, denn er echauffiert sich ebenso über diese autosüchtigen Westler, da gibt es ganze Passagen über Westdeutsche, die einfach so begeistert sind von ihrem Auto oder generell vom schnöden Mammon Geld von irgendwelchen Gütern und da denkt dann eben C, dass er überhaupt nichts damit gemein hat und auf der anderen Seite des eisernen Vorhangs beziehungsweise der Mauer erkennt er natürlich auch, dass es dort aber ja einfach eine politische Überwachung gibt und auch keine Freiheit für ihn dort zu finden ist. Er erinnert sich dann auch an seine frühere Arbeit in der DDR als Heizer. Wolfgang Hilbig hat auch wirklich als Heizer gearbeitet und das sind für mich immer wieder die stärksten Situationen oder die stärksten Passagen, weil sich dort ein ganz konkretes Handlungsgerüst, eben die Arbeit eines Heizers, der dann eben des Nachts beschäftigt ist und eben über den Städten dann auch wirklich immer die Sterne sieht und das dann wunderbar ins Bild setzen kann, das sind für mich die stärksten erzählenden Passagen gewesen. Genau. Und ihr merkt schon, ich finde nicht so richtig ja den Bogen, der das Ganze rund machen könnte, weil es das auch nicht gibt. Was man vielleicht sagen könnte, ist man merkt so das Substrat eines Lebens, das eben immer wieder eigentlich nur auf der Flucht geschieht. Da hat jemand keine Heimat und davon berichtet dieses Buch. Ja, das ist das Substrat, dieses des ewig Gleichen, sozusagen des Unaufhörlichen, wie Wilhelm Genazino vielleicht sagen würde, an den ich auch häufig gedacht habe, weil es eine ähnliche Perspektive ist, also auch eines Mannes, der älter ist, der relativ isoliert lebt, der eben auch über verschiedene Frauen referiert und der natürlich weiß, dass das keine gute Sache ist, der weiß, dass das anstößig ist, aber der gerade das Anstößige zum Thema macht, weil er weiß, dass er sich selber als anstößig betrachtet und der daraus aber keine, ja irgendwie keine literarische oder künstlerische Überperson über Person machen will, sondern der seine eigenen Beschränkungen eben auch beschreiben will und der dafür das treffende und wirklich starke Bild gefunden hat, das immer wieder nur im Zuge sitzend, der also nicht ankommt. Das hat mir extrem gut gefallen, wenngleich dieses Buch mit über 320 Seiten, die auch wirklich eng gedruckt sind. Ja, das passiert übrigens, wenn man einen Kaugelmi einfach irgendwo in der Wohnung liegen lässt. Ja, aber es ist auch ein bisschen redundant, häufig auch, ja, ein bisschen schwierig zu lesen, nicht immer ganz unterhaltsam und es hat mir auch wehgetan, einfach diesem Mann dabei zu folgen, wie er immer wieder stockbesoffen aufwacht oder wie er eigentlich am Abend weiß, ich sollte jetzt nicht, wenn ich diese Whiskyflasche leere oder wenn ich hier anfange, dann wird es ein schlimmer Abend und der es dann aber dennoch tut und der natürlich auch seine Frauen nicht so richtig gut behandelt und der immer mal wieder auch ein bisschen zu allgemein und auch nicht besonders feinsinnig über die BRD ablästert, gerade eben über diesen schnöden Westler, der sich eigentlich nur fürs Geld interessiert. Das war mir dann doch ein bisschen zu einfach gestrickt, aber insgesamt ist Wolfgang Hilbig für mich jetzt ein Autor, der auf meinem literarischen Radar erschienen ist und ich freue mich, wenn ihr mir vielleicht eine Empfehlung in die Kommentare schreiben könnt. Welches Buch soll ich lesen? Vielleicht auch ein einstiegsfreundliches Buch, denn ich glaube so für die ganz harte, ja, für die ganz harte Hilbig-Schule bin ich noch nicht bereit. Wer genaueres wissen will oder wer vielleicht sich erstmal ein Bild machen will von Wolfgang Hilbig, der schaue sich doch bitte das Interview mit Günter Gauss an, findet man bei YouTube hier auch und einfach mal so als Vergleich dann das Interview von Gauss mit Franz-Josef Strauß, da bemerkt man so richtig diesen eklatant riesigen Unterschied zwischen einem Schriftsteller, der um jedes Wort ringen muss, der also keinerlei natürliche Eloquenz besitzt und einem Politiker wie Strauß, dem eigentlich die Grammatik, die Satzstruktur zufällt, der eben auch in einen Satz ganz easy eine Parenthese einschieben kann, der sich auch in einem Satz spontan dazu entscheiden kann, auf ein entlegeneres Thema einzugehen, weil er sich immer seiner Sprache und auch seinen Möglichkeiten bewusst ist und auf der anderen Seite dann dieser Hilbig, der wirklich eigentlich um jedes Wort kämpfen muss und der so wunderschön schreiben kann, auch seltsam, aber spannend. So, liebe Leute, während ich hier mit meinem Kaugummi kämpfe, zeige ich euch jetzt natürlich noch einmal klebrig die Bücher, die ich euch jetzt hier gerade kurz vorgestellt habe. Diese Bücher sind es geworden. Welches davon hat euch gefallen? Welches interessiert euch? Welches nehmt ihr mit auf eure Weltreise, die hoffentlich in diesem Jahr ansteht? Für mich steht in diesem Jahr auch eine große Weltreise an. Ihr wisst es, meine Welt wird sich verändern. Es wird wunderschön, so schön wie es nie war, denn unser Sohn kommt bald zur Welt. Der kleine Alwin wird bald zu uns stoßen. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und ich denke, dass ich dann weniger Zeit zum Lesen habe. Aber genauso soll es sein. Darauf freue ich mich natürlich auch endlich weniger Zeit zum Lesen, weil ich ganz, ganz viele andere tolle Dinge machen kann. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Macht's gut und wir sehen uns bei einem nächsten Video, wann auch immer das sein wird. Tschüss!